Macht Rabatz auf dem Platz, werdet Champion der Arena, stürzt euch in den Park. Und ich sage euch Freunde, es hat Karten darunter, die sind richtig, richtig geil, ja, freue ich mich drauf. So, wir beginnen auch gleich, ich will da gar nicht zu lange rumlabern. Wir wollen beginnen mit der ersten Karte und die ist, ich will nicht den Rahmen weghauen, ich will hier das Titelbild weghauen. So, der Guru Bashi Gockel, ja, das ist schon mal eine Karte, die ist richtig cool für den Anfang. So, für einen Mana, ein 1-1er Wildtier, eine neutrale Karte, wie ihr seht, mit Überwältigen erhält plus 5 Angriff. So, und jetzt nochmal ganz kurz, Überwältigen, für die, die es immer noch nicht begriffen haben, ich habe es im letzten zweiten Video schon mal erklärt, ich werde es trotzdem nochmal machen. Also, Überwältigen wird dann aktiviert, wenn wir angreifen, egal der Diener oder auch eine Waffe, wenn die angreifen und dem gegnerischen Diener mehr Schaden verursachen als nötig. Ja, sprich, der Gegner hat, der Diener hat 4 Leben, wir greifen mit einem Diener, der 5 Leben hat, an, der Diener stirbt, der gegnerische Diener und ein Schaden quasi ist zu viel gemacht worden, heißt, Überwältigen wird aktiv. So, gut, und jetzt haben wir hier diesen Gockel, der hat, Überwältigen erhält plus 5 Angriff. So, an wen erinnert euch jetzt der Gockel, ja, ist eigentlich relativ easy. Das wütende Huhn, ja, hatten wir schon mal, für ein Mann einen 1-1er, der kriegt aber 5 Angriff, wenn er verletzt ist. So, was ist jetzt der Unterschied, ja? Der Unterschied ist ganz klar, der Gurubashi Gockel, der kann immer wieder Überwältigen aktivieren. Ja, sprich, wenn wir den gepusht haben, mit, ich sage jetzt mal irgendwie beim Druiden zum Beispiel, geben wir den plus 2, plus 2 und taunt, so, jetzt greift er an mit 3 Angriff, ja, killt einen Diener, der hat ein Leben. Das heißt, Überwältigen wird aktiviert, er erhält plus 5 Angriff, fix, ja, für immer. Oh, jetzt greifen wir nochmal im nächsten Zug einen Diener an, der hat 5 Leben, ja, wir haben ja jetzt schon 8 Schaden quasi, ja, mit dem Zauber drauf. Das heißt, wir machen wieder, kriegen wir plus 5 Leben, weil Überwältigen nochmal aktiviert wird, ja. Das hat man beim wütenden Huhn nicht, das wütende Huhn wird nur einmal aktiviert, und zwar dann, wenn es verletzt ist, ja. Und wenn es verletzt ist, ist es verletzt, egal, ob es 1 Schaden genommen hat oder ob es 5 Schaden genommen hat, weil es 6 Leben hat zum Beispiel. Das ist egal, Überwältigen kann immer wieder geschehen. So, das Ding ist jetzt aber, der Gurubashi-Gockel muss natürlich auch mehr Leben kriegen, ja. Dem nur Angriff zu geben und einen Diener anzugreifen, der macht mehr Schaden, als der Diener Leben hat, der gegenrichte Diener, bringt ja nichts, wenn unser Gurubashi-Gockel dann auch stirbt mit einem Leben. Ja, versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe doch sehr. Heißt, wir müssen den Gurubashi-Gockel so pushen, dass sowohl sein Angriff wie auch sein Leben gepusht wird. Aber von da an kann man den natürlich dann ins Unendliche pushen, ja. Soweit, so gut. Gut, was ich auch noch sehr witzig finde an dem Huhn ist die Maske. Ja, wenn ihr genauer hinschaut, ihr seht, der hat einfach eine Axt als Maske an. Sieht relativ cool aus, ja, ich finde, ja. So, also ich sehe die Karte könnte man spielen, beim Druiden oder beim Jäger auch. Wildtiere können da gut gepusht werden. Ähm, ist eine Möglichkeit, ob die wirklich gespielt wird, wird sich zeigen, aber ist bestimmt eine Möglichkeit. Ja, hat auch keinen Eifer oder so. Also, es kann schon sein, dass der relativ fix wegkommt. Außer wir pushen ihn natürlich, aber, ja, ich denke mal jetzt so, der wird nicht wirklich playable sein in der Meta. Bin ich mal jetzt so, ne. Äh, äh, kann sein, dass ich mich da völlig irre, aber, äh, ich würde jetzt mal, ich würde mal sagen, eher nicht. Eher nicht. Aber ist eine Möglichkeit, da ein Deck zu machen oder in den Decks reinzupacken, absolut. So, wir kommen zur nächsten Karte, ja, ähm, da, der Wassergoblen. Für zwei Mana, zwei Einser, mit Kampfschrei, eure nächste Heldenfähigkeit in diesem Zug kostet null. So, das mit den Heldenfähigkeiten, das wird auch so ein bisschen ein Ding, äh, was spannender wird, ja. Gerade beim Magier werden wir später sehen. Der Magier hat da wirklich, äh, der geht so voll auf, äh, die Heldenfähigkeit. Wäre da natürlich möglich. Das Ding ist, in vielen Decks geht das halt nicht, weil er halt kein Odd ist, ne. Also, er kostet zwei Mana, ist eine gerade Zahl. Even, ja. Ja, weiß nicht, ob das aufgeht, äh, in den meisten Decks. Gerade beim Magier, mit den Karten, die wir da kriegen, beim Magier, ist halt eher ein Odd-Mage, äh, angedacht. Gehe ich mal davon aus. Und, äh, da würde diese Karte eigentlich nicht hinpassen. Ich denke mal, vielleicht irgendwo bei einem Tempo-Deck, wo es nicht, äh, dieses nicht unbedingt Odd oder Even ist. Einfach mal hier Tempo, ne. Ähm, könnte das funktionieren? Jäger vielleicht? Keine Ahnung. Äh, momentan, ich sehe es eher weniger, dass der Playable ist, ähm, das Ding ist ja auch die Value, ne. Also, wir haben für zwei Mana einen zwei Einser und kriegen dann die Heldenfähigkeit quasi gratis raus. Jetzt kann man sich sagen, okay, wir kriegen entweder für zwei Mana gratis eine Heldenfähigkeit oder wir spielen die Heldenfähigkeit und kriegen gratis einen Wassergoblin. Ja, was ist jetzt, was ist jetzt besser? Ja, es ist egal eigentlich, ne. Also, die Value, ja, wenn man die Heldenfähigkeit nicht für was Besonderes braucht, dann sehe ich den eher weniger. Ähm, was auch zu sagen ist, man kann ja nicht die Heldenfähigkeit erneuern, ja. Also, die Heldenfähigkeit wird gespielt und dann kommt Wassergoblin ins Spiel, dann wird die Heldenfähigkeit nicht wieder aktivierbar. Ne, dann ist sie verbraucht, die muss man halt mit diesen Null Mana Kosten, kann man die halt einmal verbrauchen. Und fertig, ja. Also, von daher, Wassergoblin, ja, ist schön zu haben. Vielleicht, vielleicht ergibt sich was, aber jetzt so auf den ersten Blick finde ich eher nö. Eher nö, ne. So, nächste Karte. Wir haben ja viele Karten, die wollen da ein bisschen vorankommen und das ist schon mal ein richtig guter Hammer. Und das da, und das da, Entschuldigung, und das da natürlich. Ist den World of Warcraft Spielern bekannt, ne. Hatten wir in, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in Boch, bei den Pandas, ne. War bei den Pandas. Mist of Pandaria war der hier so ein Open World Boss. Für 9 Mana ist er hier, ein 7-7er Wildtier. Mit Eifer überwältigen, ruft ein Wildtier aus eurer Hand herbei. Oui. Hahaha. Oui. Ja, für 9 Mana, ein 7-7er, ja, okay, äh, nichts Besonderes. Hat aber Überwältigen und Eifer. Das ist nicht zu unterschätzen, Freunde. Denn Eifer und Überwältigen zusammen, das heißt, wir können, wenn wir den spielen, wir können das erteilen, wenn wir dann spielen wollen. Der Gegner hat bestimmt schon was draußen, dann spielen wir den und dann haut er den Gegner weg. Mit 7 Schaden macht er meist natürlich mehr Schaden als benötigt, um den Diener wegzuhauen. Heißt, Überwältigen wird aktiv und wir rufen ein Wildtier aus unserer Hand herbei. Und wir wissen, es gibt extrem viele geile, harte Wildtiere, die auch jede Menge kosten und die wir so einfach mal gratis rausspielen können. Also da ist wirklich, ähm, da ist wirklich Potenzial vorhanden. Ich denke mir gerade auch jetzt, äh, Schiavala, ja, Schiavala der Tiger vom Paladin, wird so einfach rausgespielt. Hat dann auch Ansturm, hat Lebensentzug, hat, glaube ich, Gottes Schild, bin ich mir ganz sicher. Ähm, warum nicht, ja, ist nicht verkehrt, ist ein Wildtier. Kann man machen, also und das da, und das da, und das da, und das da kann man eigentlich in verschiedenen Decks spielen. Bei verschiedenen Klassen auch, ne, ist eine neutrale Karte, ist klar. Ähm, ich sehe da auch, äh, eine starke Anwendungsmöglichkeit beim Jäger zum Beispiel, ja, mit der Savannenhochmähne. Gratis rausbringen, ja, statt 6 Mana zu bezahlen, Savannenhochmähne, die dann noch Todesröcheln hat. Das Ding ist, man muss halt ein bisschen schauen, dass man nicht, äh, Wildtiere großartig im Deck hat, die mit Kampfschrei stark sind. Und ohne Kampfschrei so, na na, ne, eher Todesröcheln halt. Oder sonst halt Wildtiere, die an sich wirklich stark sind und Fähigkeiten haben, die nicht, ähm, hier mit Kampfschrei aktiviert werden müssen. Ja, aber die Karte ist extrem, extrem stark. Und, äh, ich sehe da echt auch beim Druiden zum Beispiel, sehe ich, sehe ich wirklich viel Potenzial. Gut, beim Druiden braucht es vielleicht noch ein paar Wildtiere, die er jetzt kriegt. Werden wir sehen, ob da noch ein bisschen was kommt. Es kommt was. Seine Karte kommt, äh, auch in diesem Video. Die, äh, würde es auch schon bringen, ne, würde es auch schon bringen. Also die Karte und das da ist stark, wird meiner Meinung nach sicherlich gespielt. Ähm, da muss man Wildtierdecks bauen oder beziehungsweise wirklich auf diese Wildtiere gehen, die man dann auch ausspielen will. Absolut möglich, absolut möglich. So, weiter geht's. Und zwar mit dem Druiden. Ja, da haben wir den Druiden und da ist auch das Wildtier, das ich angesprochen habe. Für 7-Mahner ein 7-Siebener-Wildtier. Eisenhaut-Terror-Horn, ja. Überwältigen, ruft ein Eisenhaut-Junges 5-5 herbei. Stark, Freunde, stark. So, das Ding ist, leider kein Eifer. Kann man nichts tun. Ähm, das heißt, der, der muss eine Runde überleben, bevor er dann hier sein Überwältigen benutzen kann. Aber für 7, 7-Siebener-Wildtier ist schon mal okay. Und Überwältigen, der Gegner muss den weghauen. Der Gegner muss alles daran setzen, den wegzuhauen. Denn jedes Mal, wenn wir einen Diener angreifen und töten, der weniger als 7 Leben hat, ja, dann kriegen wir ein 5-5er-Eisenhaut-Junges herbei, gezaubert. Ja, stark. Und da geht auch wieder die Quest zum Beispiel. Druiden-Quest, ne? 5-5. Also da hat man wirklich Möglichkeiten. Und ja, Quest ist mir jetzt gerade so spontan in den Sinn gekommen. Ja, die Quest, stimmt. Die Quest. Die kommt auch später wieder. Also die Quest ist da möglich. Das Ding ist natürlich, die Quest wird bis April 2019 noch im Standard drin sein. Wenn Blizzard da nicht noch irgendwie was wechselt plötzlich. Aber dann, sonst wird die Quest rausrotieren. Heißt, wir haben dann nur so 3-4 Monate Zeit, um die Decks auf die Quests aufzubauen. Und es gibt dann auch beim Hexenmeister zum Beispiel viel, was wir da machen können. Aber das ist halt leider nicht mehr allzu lange vorhanden, ne? Mal schauen. Vielleicht sagt sich Blizzard, hey, weißt du was, die ganzen Quests, die lassen wir drin im Standard. Ich denke mal eher nicht. Aber könnte sein. Könnte sein. So, auf jeden Fall eine starke Karte, die bestimmt auch irgendwo Einzug erhält beim Druiden. Sehe ich absolut, ne? Ich kenne jetzt nicht alle Druiden-Dacks, die momentan gespielt werden. Aber ich denke mal, große Wildtiere sind beim Druiden nie verkehrt. So, wir machen weiter mit der nächsten Klasse. Und das ist der Magier. Ja, der Magier, der geht völlig in eine andere Richtung. Weil wieder, er hat ja schon mal so ein bisschen auf seine Heldenfähigkeiten basierend hier was gemacht. Jetzt geht es wieder vermehrt darauf. Und zwar haben wir hier kühner Feuerspucker. Für einen Mann hat er einen 1-1er, wo man schon mal sagen kann, okay, kann man machen. Aber hat noch einen Kampfschrei. Eure nächste Heldenfähigkeit in diesem Zug verursacht 2 Schaden mehr. Ja, heißt bei Magier mindestens 3 Schaden, wenn wir sonst keinen Push schon haben auf der Hero Power. Heißt, 3 Schaden kann er machen, wenn wir den, aber nur in einem Zug, wenn wir den spielen in Turn 3, 3 Mana haben, dann können wir hier schon mal den rausspielen und 3 Schaden mit der Heldenfähigkeit machen. Was auch nicht zu verachten ist, denn wir wollen möglichst viel Schaden mit der Heldenfähigkeit machen. Wenn wir dann sehen, welches Loa der Magier bekommt. Ist es die Loa oder der Loa oder ist es der Troll Legendary? Ich weiß es nicht mehr. Wir sehen es, wir sehen es. Es kommt gleich, wir sind beim Magier, der wird gleich kommen. Und dann sehen wir, dass es wirklich darauf geht, dass wir halt mit dem Magier da viel Heldenfähigkeitsschaden machen. Und dafür ist diese Karte natürlich auch sehr gut brauchbar. Ist auch eine Oddkarte, also auch ein Oddmage kann man hier sich gut vorstellen. So, dann gehen wir weiter und zwar kommen wir zum Geist. Ja, wir kommen zum Geist des Drachenfalken. Magier, Geist. Für 2 Mana 0,3er, wie wir es kennen, im ersten Zug verstohlen. Eure Heldenfähigkeit trifft auch benachbarte Diener. So. Und jetzt. Ja, gehen wir nochmal zurück. So, heißt wir können hier 3 Schaden machen. Wir müssen 3 Mana hier haben. Plus 3 Mana da. Äh, 2 Mana heißt in Turn 5. Können wir quasi, ähm, kurz rechnen. 6, 9 Schaden machen. Ja, wenn es gut kommt. Es werden 9 Schaden. In der 5. Runde. Weil wir halt die Heldenfähigkeit auf 3 pushen. Und dann einen Diener angreifen, der zwischen 2 anderen Dienern steht. Und dann jedem dieser Diener 3 Schaden machen. So sind 9 Schaden. Und 9 Schaden sind schon viel. Ja, sehr viel. Wenn wir dann schauen, was wir später kriegen. So, also. Kombiniert natürlich sehr, sehr gut. Wenn wir Glück haben, bleibt er auch noch ein bisschen länger auf dem Board. Ähm, sicherlich ein Zug. Mindestens. Vielleicht auch ein 2. 3. Man weiß es nicht. So. Jetzt kommen wir zur nächsten Magierkarte. Und da ist sie. Janalai, der Drachenfalke. Oder Janalai, der Drachenfalke. Oder wie auch immer. Für 7-Bahn hat ein 4-4er Wildtier. Erstmal was? Für 7-Bahn hat 4-4? Okay. Aber Kampfschrei. Ruft Ragnaros, den Feuerfürsten herbei. Wenn euer Heldenfähigkeit in diesem Spiel 8 Schaden verursacht hat. Boom. Ragnaros ist back, Freunde. Und das heißt, wenn wir jetzt zurückdenken. Wir hatten 9 Schaden in Turn 5. Die wir machen können, verursachen können. Im besten Fall natürlich. Und 8 Schaden hätten wir dann schon. Es heißt aber nicht, dass wir in einem Zug 8 Schaden machen müssen. In diesem Spiel 8 Schaden verursacht. Wir zusammengezählt. Man kann auch sagen, okay, wir nehmen einen Odd Mage. Einen Odd Mage mit hier. Sag mal. Einen Odd Mage mit Baku. Baku natürlich. Entschuldigung. Kurzer Aussetzer. Einen Odd Mage mit Baku. Das heißt, wir haben 4 Schüsse. Ah je, 2 Schaden. Dann können wir das auch schon rausbringen. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten. 8 Schaden, Heldenfähigkeit ist bei Magier absolut kein Problem. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wo wir auch noch dran denken dürfen. Ist, wenn wir nochmal zurückgehen. Mit dem Geist hier. Trifft auch benachbarte Diener. Wenn wir uns jetzt hier mal überlegen. Wenn der ein bisschen später kommt. Und wir bereits Jaina Frostlich gespielt haben. Ja, also der Decay von Jaina. Heißt das, wenn wir auf der Gegnerseite 3 Diener draußen haben. Mit je einem Leben. Und wir machen die Heldenfähigkeit als Jaina Frostlich. Decay. Auf den mittleren Diener. Dann sterben alle 3 Diener. Und wir kriegen 3 Elementare. Also Wasserelementare ins Spiel. Ja, nicht schlecht. Und wir können ja die Heldenfähigkeit auch pushen. Heißt, wir können so natürlich auch mit Jaina, der Todesritterin, relativ viele Wasserelementare raushauen. Also das ist wirklich eine schöne Kombination. Bei Magier. Ich finde das richtig toll, dass der wieder richtig schön auf die Heldenfähigkeit geht. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Wir haben auch viele Oddkarten. Also hier 7 Mana. Wir haben klar hier, der Geist hat 2 Mana. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber hier Kühner Feuerspucker zum Beispiel auch wieder mit einem Mana. Müssen wir dann schauen, ob das so funktioniert. Weil halt der Geist 2 Mana kostet und somit eine gerade Anzahl. Und somit natürlich nicht in ein Odd-Magier-Deck passen würde. Werden wir sehen. Aber der Magier, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also da freue ich mich drauf. Ganz ehrlich. So, dann kommen wir zum Paladin. Der hat eine Karte gekriegt jetzt. Und das ist hier ein neuer Herausforderer. Für 7 Mana entdeckt einen Diener, der 6 kostet. Ruft ihn mit Spott und Gottesschild herbei. Boom. Ich würde sagen, boom. Wir können einen Diener entdecken. Heißt, wir haben die Möglichkeit zwischen 3 Dienern einen auszuwählen. Da können wir natürlich selber auch ein bisschen mitdenken. So viele Diener mit 6 Mana, die schlecht sind, gibt es nicht. Also da kann man wirklich was machen. Wir haben da noch Spott und wir haben Gottesschild. Und beim Paladin ist natürlich Gottesschild ein großes Thema. Da gibt es auch viele Kombinationsmöglichkeiten, wo wir halt andere Diener pushen können, wenn ein Diener Gottesschild hat und dem das wegnehmen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat man da wirklich Spott und Gottesschild auf einem Diener, der es normalerweise vielleicht nicht hat, der aber 6 Mana kostet. Also hier Value absolut gegeben. Ein neuer Herausforderer. Aber das muss, ein Muss für einen Paladin, meiner Meinung nach. So. Also da hat, ja, danke Blizzard Paladin, kriegt er eine schöne Karte. So. Wir gehen weiter. Und da haben wir den Schamanen. Da, genau. Den Schamanen. Ich muss gerade überlegen. Ist wirklich der Schamane? Der Schamane Troll-Legendäre. Und zwar ist das Zentimo. Kenne ich jetzt nicht von der Lore her, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es witzig, dass er da zwei Kröten auf den Schultern trägt. Das sah so ein bisschen aus wie so zwei Glaskugeln, aber das sind Kröten tatsächlich. Für drei Mana in 1,3er. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber auf einen Diener wirkt, wird er auch auf benachbarte Diener gewirkt. Auf benachbarte Diener. Nicht auf einen, auf beide. Beim Schamanen, wo wir halt viele Diener draußen haben, meistens, ist natürlich eine ganz schöne Sache. Für drei Mana auch. Heißt, wir können in diesem gleichen Zug meistens noch mehr spielen. Ja, in genau gleichen Zug. Also das heißt, er hat schon mal ein Value, wenn er gespielt wird. Und wir können noch 1, 2 Zauber spielen, die nicht allzu teuer sind. Und das Schöne ist auch, wir können mit dieser Karte eigene Diener pushen. Oder gegnerische Diener zerstören. Ist beides möglich. Zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Windzorn. Wenn wir einem unserer Diener Windzorn geben, dann kriegen die beiden benachbarten Diener auch Windzorn. Wie stark ist das denn bitte? Ja, Windzorn, das kann ein Spiel entscheiden. Aber sowas von. Ja, also wenn wir da ein paar große Diener draußen haben, dann haben wir das Doppelte an Schaden von 3 Dienern. Meine Fresse. Nicht schlecht. So, bei Wild kann man natürlich auch evolieren. Elovieren. Ja, Evolution. Ihr wisst schon. Geht natürlich auch. Das ist eine Möglichkeit. Auf den Gegnern kann man natürlich auch einiges machen. Zum Beispiel Lava Eruption. Gibt ja 5 Schaden für 3 Mana. Klar, Überladung 2. Aber wir kriegen dann so hin, dass wir an 3 Gegnern je 5 Schaden machen. Heißt 15 Schaden für 3 Mana. Aber das Überwältigen, also Überladen ist nur einmal aktiv. Also, da gibt es schon, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Verhexung. Verhexung. Warum nicht? Ja, Froschen. Da froschen wir einfach mal einen Diener beim Gegner. Und die benachbarten Diener werden auch zum 0-1er Frosch. Ist stark. Ist verdammt stark. Also, da gibt es wirklich Möglichkeiten, Zentimeter. Ich finde, der kriegt einen Platz. Der kriegt einen Platz beim Schamanen. Definitiv. Wirklich starke, starke Karten, muss man sagen. Die Blizzard hier revealed hat jetzt. Und wir gehen gleich weiter. Und kommen zum Hexenmeister. So, Freunde. Und der Hexenmeister, der kriegt auch ein kleines Comeback. Und zwar mit Discards. Also, Karten aus der Hand abwerfen. Das wird richtig stark beim Hexenmeister. Und zwar beginnen wir hier mit Schriller Schrei. Für einen Mana werft eure Karte mit den niedrigsten Kosten ab. Fügt allen Dienern 2 Schaden zu. Boom. Also, Board Clear. Awe. Board Clear vielleicht nicht gleich. Aber Awe Schaden. Fügt allen Dienern 2 Schaden zu. Auch den eigenen. Muss man im Hinterkopf bewahren. Aber für einen Mana kann man da relativ viel Schaden machen. Und wir werfen eine Karte ab. Was jetzt nicht mehr so schlecht ist. Wie auch schon. Sondern wir sehen es dann. Wir können auch wieder Karten zurück in die Hand kriegen. Oder sogar direkt aufs Spielbrett. Gut, das ist eine alte Karte. Aber auf jeden Fall. Schriller Schrei. Wird in so einem Discard. Discard Lock quasi. Wieder gespielt werden können. Wichtig zu wissen ist auch, dass, ja, es ist eine Karte. Heißt nicht der Diener mit den niedrigsten Kosten, sondern die Karte. Kann also auch irgendein Zauber sein. Wenn wir Schriller Schrei zweimal drin haben in der Hand, ist es halt dann der Schrille Schrei wahrscheinlich. Einfach so auch zum Mitdenken. Gut, dann kommen wir zum nächsten Hexenmeisterkärtchen. Und zwar dieser Diener. Für drei Mana ein Zwei-Sechser. Riesiger Terror-Troll. Hat Spott und Kampfschrei. Werft eure Karte mit den niedrigsten Kosten ab. Also da wird das gleiche. Karte abwerfen mit den niedrigsten Kosten. Für drei Mana ein Zwei-Sechser mit Spott. Ist gut. Und in diesem Fall kann das sogar sehr gut sein, wenn wir noch eine Karte abwerfen können. Also riesiger Terror-Troll. Ja. Like it. Like it. Meine Zwei-Sechser-Spott im dritten Zug. Schon das ist stark. Und dann mit Spott natürlich. Und dann hier noch was abwerfen. Kann sehr, sehr gut sein für uns. Kann sehr gut sein. So. Und dann geht es weiter. Auch mit dem Hexenmeister. Seelenwerterin. Für sechs Mana ein Zwei-Sechser-Kampfschrei. Erhaltet drei zufällige Karten auf die Hand, die ihr in diesem Spiel abgeworfen habt. Heißt, alle Kosten. Oder alle Kosten. Viele der Kosten für Karten, die stark sind, aber was abwerfen mussten, werden so wieder reingeholt. Also die Karten, die abgewerfen worden sind, können wieder zurück in die Hand genommen werden. Drei zumindest davon. Und somit haben wir eigentlich die Kosten, die Zusatzkosten, egalisiert von den vorderen Karten, die relativ stark waren. Ja. Also das ist sehr, sehr schön. Und für sechs in 6-Sechser ist schon mal sehr gut. Also sehr gut. Ist natürlich gut. Value. Also es passt, sagen wir mal so. Ist nicht gut, aber es passt. Und wenn wir noch drei Karten wieder in die Hand kriegen, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ja. Also die Karte Seelenwerterin ist richtig, richtig stark. Ja. Und da auch wieder Karten. Nicht nur Diener, sondern wir kriegen wirklich die Karten zurück in die Hand. Und dann kommen wir noch zum Hohepriester oder die Hohepriesterin. Jecklick. Ja. Auch da, ich kenne mich da mit der Lore nicht so gut aus. Ist aber eine Fledermaus. Wie wir wissen, beim Hexenmeister ist die Fledermaus das große Tier. Und das kostet vier Mana, drei Vierer mit Spott und Lebensentzug. Ja. Für vier Mana, drei Vierer mit Spott und Lebensentzug. Und wenn ihr diese Karte abwerft, erhaltet ihr zwei Kopien davon auf die Hand. Mir sind fast die Augen rausgefallen, Freunde. Mir sind echt fast die Augen rausgefallen. Heißt ja, die Kopien sind dann wieder zwei Stück von der gleichen Hohepriesterin. Heißt, die Chance, dass wir da wieder was abwerfen, ist auch sehr hoch. Kriegen wir wieder zwei mehr auf die Hand. Und so weiter und so fort. Also das Ding, das multipliziert sich so richtig schön rein. Und wenn wir dann schauen, wenn wir dann wieder eine Karte zurück in die Hand nehmen können, die wir abgeworfen haben und die Hohepriesterin wieder mit dabei ist. Ja, hallo, dann haben wir die wieder. Also sehr, sehr gut. Für vier Mana, also das ist der Wahnsinn. Ganz ehrlich. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Und zwar, ah, genau. Zurückkommen mit Seelenwärterin, haben wir gesehen. Oder auch zum Beispiel Grausame Diamantin. Ja, kennen wir auch noch im Standard. Die Grausame Diamantin hat einen Kampfschrei-Effekt, dass sie eine abgeworfene Karte oder einen abgeworfenen Diener direkt aufs Schlachtfeld bringt. Also das ist beim Warlock hier jetzt absolut geil. Da können wir auch, wenn wir harte, starke Diener mal abwerfen müssen, kommen die direkt aufs Spielbrett wieder. Nicht schlecht. Und diese Karte mit Sport und Lebensentzug sowieso. Also ich meine, wenn wir von dem, wenn wir von dem drei Stück draußen haben, liebe Freunde. Das heißt, bei jedem Angriff machen wir uns selber neun Leben, machen neun Schaden. Wir haben noch Sport. Also das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Echt eine gute Karte. Und jetzt ist halt einfach ein bisschen was, was mich so ein bisschen nervt. Kleines Bieschen. Ich hab's schon erwähnt. Ja. Jetzt auch die Quest ist hier absolut möglich. Absolut genial. Das Ding ist, im April kommt es raus. Außer Blizzard sagt irgendwie, hey Jungs, komm, machen wir jetzt Standard. Aber im Normalfall rotiert das raus. Heißt, dann haben wir wieder keine Quests. Schade. Geht aber auch ohne Quests, denke ich mal, die ganze Mechanik. Aber die Quests machst du natürlich nochmal stärker. Also ich werde mir ganz bestimmt so ein Warlock machen. Und so ein Discard Lock. Und dann werde ich sehen, wo das mich hinführt. Also da bin ich richtig gespannt und freue mich drauf. Absolut. Der Hexenmeister, das wird richtig schön. Wird richtig schön. So. Und dann kommen wir noch zur letzten Karte. Zur letzten Karte für heute. Und das ist... Uh, das war die falsche. Wo ist denn da? Da. Genau. Entschuldigung. So. Kriegerkarte. Für 3 Mana 3 2er Gluthauer-Lanzerin. Kampfschrei vernichtet einen verletzten feindlichen Diener, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. So. Und was erinnert euch das, Freunde? Kommt vielleicht... Kommt vielleicht der Dragon Worry zurück? Ein Dragon Control Worry. Ich würde es feiern. Ehrlich. Ich würde es richtig feiern. Das Ding ist, momentan haben wir beim Krieger keinen einzigen Drachen im Standard. Keinen einzigen. Ist aber auch kein Problem. Wir haben genug neutrale Drachen. Aber... Dragon Control Worry würde mich wieder sehr, sehr reizen. Wir werden es sehen. Vielleicht kommt noch der eine oder andere Drache. Der revealed wird für das neue Add-on. Wir werden es... Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Und das war es auch mit den Karten für heute. Ich werde dann schauen, dass ich morgen... Muss ich vielleicht nochmal ein Video machen. Denn momentan werden die Karten hier wirklich täglich revealed. Und ich muss da schauen, dass wir da schön nachkommen. Heute sind diese Karten revealed worden. Kommt auch heute raus. Oder die meisten sind heute revealed worden. Ein paar schon gestern. Aber ich werde da immer so ein bisschen sehen, dass ich da zwischen 10 und 20 Karten zusammen habe. Die ich euch dann vorstellen kann in einem solchen Video. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, die misst ihr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten auch sehr gerne Kommentare da lassen. Was haltet ihr von diesen Karten? Gerade von diesem Video. Was ist für euch jetzt das absolute Highlight momentan? Ich finde, ich persönlich bin von zwei Sachen überzeugt. Das ist der Magier und der Hexenmeister. Die beiden werden abgehen wie Schmidts Katze. Bin ich überzeugt von. Bin ich überzeugt von. Und ich freue mich drauf. Ja. Also dann, abonniere dich vergessen, wie gesagt. Und hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Rotmeg. Ciao. Ciao.